Wirklich gute Übung. Ja, da freut es ja auch der Trainer, der aktuell beim Wettkampf betreibt Thomas Andergassen. Milan trainiert er hauptsächlich in Berlin. Und ja, wir wechseln zu den Briten. Einen Sprung. Das müsste Luke Whitehouse sein, den wir jetzt hier sehen. Das zeigt uns einen richtig schönen Roche. Überschlag, Koppelsalte, gehockt, genau in Stand. Knie waren zusammen. Knie waren wechselt. Knie war's. Knie wurden wechselt. Knie waren wechselt.